Alter, wie schnell das Ding schießt. Er hat einen Hit bekommen. Nein! Ein HP, Mann! Ich bin aber nicht gut mit C4 schmeißen. Hätte ich jetzt Smoke gehabt, hätte ich das da richtig gerne hinschmeißen können. Weil das fliegt von der Sache, Alter. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er da sitzt. Leute, die... What the fuck? Habt ihr das gesehen? Na? Was sagen wir bei dir? Er hatte... In dem Moment, wo er geschossen hat und gestorben ist, ist seine Waffe runtergefallen und das Dauerfeuer war noch an und sie hat sich selber durchs Zimmer geschossen. Mit Rückstoß. Okay, ne, das war bei mir nicht.